einen wunderschönen guten damen und herzbekommen in einer neuen folge von realm of ink hier unser cloudy momo da hat er jetzt hier die fähigkeit enhances the range and damage of the mist aura by 40 percent and increased effects ok special skill inkpet horrors at the player side for 10 seconds und das da ist coming soon ok ist einmal noch early access man muss noch nicht allzu viel erwarten so hier james 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 abyss was gibt es jetzt für gegner kommen wir da sehr gegner hat der match ist schon geil ne holy shit ja bis zum damit habe ich gefressen aber ist ok hat halt damit der match ist schon geil das muss ich sagen warte mal wie viel immer noch 26 prozent oder ok da kommt immer noch geht es nicht mehr weiter hoch weil sie jetzt nicht mehr den kurs haben sondern brennen oder warum geht das nicht jetzt ist 27 prozent ok inkgems der dummopower kann booster inkpeten die kompa auskommt weiter geht es hat perks oder elixier ähm gib mir ein elixier komm irgendeinen geilen damage boost so die maximale p nochmal ein paar prozent erhöhen oder so das wäre echt cool oh shit ja ist immer noch ne 19 prozent ok let's go ist schon 30 ne noch nicht komm ja nehmen wir noch nicht alle ach die scheiße jetzt nehmen wir noch 29 so ist gut guck mal das gefällt mir doch komm ach je ok easy 31 prozent so light attack damage light attack heavy attack ink skills drop rate komm wir machen die drop rate mal ein bisschen hoch was willst du komm drauf an was du hast ich understand ne wären die da oder welches sind die ink stones schon ja ne das will ich nicht rare treasures stronger enemies komm wir riskieren's wir riskieren's let's go nee ist alles so eng komm hau mal rauf da ok nein nicht mal getroffen scheiße alter ja komm geh mal hier nach vorne das ist ein bisschen besser so sehr gut ja das war's schon so deine 10 silver coins äh dragon ink weg da damage modifier increase heavy attack damage ja komm heavy attack damage so was ist äh nee da geht's nicht durch okay geht's hier durch ah ja silber komm give me the money so dann machen wir dir deine fähigkeit komm let's go verbrennen den wichser komm alter das ist schon übel der damage ne die hp sind zwar mittlerweile niedriger oder niedrigär besser gesagt aber das ist okay weil ich denke ich kriege bald immer wieder hier diesen safe space oder den den buzzer oder wie man das auch nennen will älter 1016 damage jesus christ okay schon krassen schaden ne richtig krassen schaden ich kenne 22 silver coins guck mal jetzt kommt er dieser buzzer da ist er doch okay ich gehe als erstes zu dir wieder viele hp fehlen ja mir fehlen einiges an hp äh so auch okay noch 751 coins äh silver coin drop effect of agnoy was ist agnoy da steht aber agnoy additional damage plus 15% when burning explosion occurs cool okay sonst ja jetzt werden wir es mehr kaufen okay bei dir kann ich nix gut dann gehen wir wieder wahrscheinlich wieder am boss fight schluss my darling what beauty our child is to behold do you not think they resemble you child if only our happiness was meant to be but it only seeks to curse us with this waking nightmare and steal our child away from us i think you'd better let me through you've got enough on what's left of your mind what's for you can't leave us natürlich kenne ich das siehst du doch aber was ist das denn was für crush our enemies aber ganz her nicht also rennt mich an Ilaoi von League of Legends ja komm okay ja komm schon das erste ist weg okay das macht dann kein damage ja schon besser nein du crushst hier gar nichts meine Liebe komm beruhige dich oh shit ah fuck nochmal ein Stück weniger sehr gut dann machen wir den ja okay ja die haut aber schon gut rein die Kollegin ne das muss man ja lassen das Gefühl nachher muss ich noch gegen sie selber kämpfen ja nochmal eins weniger sehr gut ja weg da bis jetzt schon uff ja ja crushe deine Mutter junge oh ist das wie es nur so eine Vorphase weit gegen sie was ist jetzt kommt sie jetzt selber eine zweite phase scheiße denn da machen vom hau drauf da aber auch so ach du scheiße okay gar nichts machen sehr gut nein das ist nicht gut alter ich glaub nicht dass ich das überleben werde ne okay komm schon ne ich geh doch nicht was willst du denn ich bleibe bis du tot bist komm schon nein jetzt wurde ich wieder getroffen ey ach Gott im Himmel okay ich bin um 8 nachts zu KPL siehst du gut ne weg da komm 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 ey jetzt übertreibst du aber jetzt übertreibst du mädchen komm 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 Das wäre ich doch noch schaffen. Nein. Ja. Komm schon. Hau drauf. Fuck. Ich habe nur noch 28 KP. Das ist nicht gut. Ich habe sie. Okay. 50%. Was ist das? Marshal skill. Using a fully charged heavy attack. During any heavy attack. Including charging or invulnerable. And damage reduction. Okay. Heavy attack damage is increased by volume. 2 times. 172 Münzen. Ink skill damage plus 10%. Permanently. Ink skill cooldown limit. Okay. Ist gekauft. Dann hier Jade Ink. Und was ist das? Mythic Graves. Okay. Machen wir morgen. Sag danke fürs Zuschauen. Hab einen schönen Tag. Macht's gut meine Lieben. Tschüss. Alle krille an toArten. ашнее kr нравится. Frage es чисelt. Wie ist das? Ich bin. Ich bin. Ich bin.